Hey Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Untitled Goose Game. Wir haben neue Aufgaben und zwar Geh in die Bar, zerbricht die Dartscheibe, hol das Spielzeugboot, sorge dafür, dass der alte Mann auf seinen Hintern fällt, lass dich mit einer Blume auszeichnen, klau ein Glas und wirf es in den Kanal und deck den Tisch. Alles klar, dann würde ich sagen, können wir ja mal kurz hier durch rauszoomen, das habe ich voll vergessen, dass wir das machen können. Durch rauszoomen können wir hier mal ein bisschen die Gegend erkunden. Okay, hier ist auf jeden Fall schon mal ein Auto, kann ich hier den Reifen zerplatzen? Ne, schade. Wie ist es da? Oh, äh, ja gut, ne? Fahr ich nicht. Wie jetzt, warte, ich kann mich da drin verstecken, ne, bevor ich mich da drin versteck, oh, hallo, ich sehe da Schnürsenki, ja, ja. So, gibt es sonst noch was oder muss ich da rein? Das ist jetzt die Frage, ja, ich muss da rein. Warte mal, vielleicht, ah, ja, warte, das ist tatsächlich, glaube ich, eine Möglichkeit. Dadurch, dass ich ihm die Schnürsenkel aufmache und an ihm vorbeirenne. So, come on, dude. Ne, 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 oh man. Oh, lass mich rein, lass mich please rein. Yeah, yeah, was? Oh, er staubt mich instant raus. Das ist mein Paket. Alle aus dem Weg. Hallo. Oder kann ich hier die Kellertür öffnen? Nö. Okay, Diggi. Wihiu. Oh, schade. Ach, lol. Jetzt sind wir in der Kiste drin. Ach, warte, der trägt die Kisten ja rein. Müssen wir jetzt einfach warten und der trägt uns rein? Das könnte tatsächlich sein, ne? Er holt die Kiste, guys. Er holt die Kiste, wo wir drin sind. Und er checkt es anscheinend nicht. Das heißt, er trägt uns da jetzt einfach an dem Dude vorbei, oder? Ja. Ja, lol. Alles klar. Kann ich hier schnattern? Einer. Hat keiner gesehen. Warte, was? Alter. Hi. Hi. Hey. Opfer, 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 Opfer. Oh, lol. Er ist einfach aufs Fressbrett geflogen, als ob, Junge. Als ob er gerade eiskalt hingeflogen ist. Okay. Wunderbar. Oh, lol. Hier können wir unten durchgehen. Das habe ich auch noch nicht gecheckt. Okay. Wie weißt du noch nicht ganz, was uns das bringt. Aber egal, ja. So. Erkunden wir weiter hier. Wir haben auf jeden Fall die erste Aufgabe schon mal geschafft. Ähm. Hier können wir nicht weiter. Oh, hi. Die Mundharmoniker. Oh, mein Gott, Alter. Es ist manchmal einfach zu lustig, das Game. Äh. Hi, na. Lass dich nicht stören. Ihr könnt ruhig weiter essen. Ich störe euch nicht. Ähm. Ich würde nur gerne wissen, was meine weiteren Aufgaben sind. So. Lass uns hier mal kurz. Hey, Digi. Lass das mal bitte. Okay. Kannst du es mir bitte lassen? Oh, leih. Jetzt bin ich unter dem Tisch. Oh, kann ich den Korken rausziehen? Yes. Okay. Komm, komm, komm. Den Korken können wir sicher rausziehen. Come on. Hello. Ähm. Die Dudes wollen mich hier komplett weg haben, ne? Das ist nicht so geil. Hallo. Ich will nur beim Weinfass hier kurz. Oh, Mann, Junge. Oder Mädel. Oder was auch immer. Auch hier können wir unten durch. Fällt mir gerade auf. Oh, lol. Ja, guck mal einer an. Hier können wir auch unten durch. Und ich weiß noch nicht ganz genau, was... Aber dahinter ist auf jeden Fall das, äh... Gänseverbotenschild. Das, äh... Würde ich jetzt mal behaupten. Was ist das? Was ist das? Jetzt mal for real. Was ist das? Äh. Warte mal. Was ist das? Verstehe ich nicht. Welchen Tisch sollen wir eigentlich decken? Ist das hier unser Tisch? Nö. Hier oben waren wir noch nicht, ne? Äh. Den Tisch decken. Ja, das ist die Frage. Wo ist dieser Tisch? Na, egal. Äh. Lasst uns hier auf jeden Fall mal weiterschauen. Hier. Die Tür. Ne, mit der können wir natürlich nichts anfangen. Damit habe ich schon gerechnet. Oh, 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 oh. Jawohl. Okay. Hier haben wir schon mal ein Messer. Gabel. Ist, glaube ich, hier irgendwo unter einem Tisch. Ja, genau. Schnell, schnell, schnell. Bevor sie das entdeckt. Genau. Genau. Äh. Messer. Gabel. Teller. Pfeffer. Kerze. Pfeffer ist hier. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Äh. Bitte nicht da nach hinten gehen. Bitte nicht da nach hinten gehen. Ich bin schon weg. Das war auf jeden Fall eine Aufgabe. Sehr schön. Oh, sorry, Alter, Digi. Sorry, sorry, sorry. Ähm. So, äh. Können wir das jetzt hier einfach so reindroppen? Oder wie sieht's da aus? Boah, Alter, das ist vom Winkel her echt schwer abzuschätzen. Äh. Müssen wir das jetzt nach Farben sortieren? I don't know. Haha. Ich will nur den Pfeffer. Alles gut. Okay, ich muss nur immer den Tisch finden, den wir decken müssen. Das ist echt ätzend. Ähm. Oh, nee, nee, nee. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Du siehst mich nicht. Hi, 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 hi. Ja. Sehr schön. Äh. Rutscht die da jetzt aus, oder was macht die? Warte mal. Zerbrich die Dartscheibe. Ich weiß nicht wie. Hol das Spielzeugboot. Ich weiß nicht wie. Das ist da drüben in der Spüle, glaube ich. Äh. Boah, wie machen wir das denn? Haben wir... Oh, wir haben den Korken noch. Ah, warte mal. Hier können wir den Wasserhahn aufdrehen. So könnten wir das Boot rausbekommen. Wait a minute. Ah, nee, komm. Lass mich in Ruhe, Junge. Oh, nee, komm. Nee, nee, nee. Du entdeckst jetzt nicht das Geschirr. Lass das Geschirr in Ruhe. Lass das Geschirr in Ruhe, bitte. Oh, nee. Sie hat's gestoppt. Nein, halt. Und wieder aufdrehen. Sehr schön. Sehr schön. Ja, sehr schön. Ist da das Boot im Anmarsch? Hallo, Booty? Äh, wo? Wieso kommt das Boot nicht raus? Ey, du Olle. Nee, 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 nee. Komm her. Komm her. Die will sich gerade den Pfeffer und den ganzen Shit holen. So spielt's das hier nicht. Ja, Madame. So spielt's das hier nicht. Oh, wir schnappen uns das Boot. Yes, es liegt draußen. Das ist ja schon mal was. So, komm. Hallo, ich will nur unter den Tisch. Ich will nur unter den Tisch. Yes. Yes, wir haben das Spielzeugbooterfolg, äh, erfolgreich. Was? Das Spielzeugboot-Achievement haben wir bekommen. Okay. Dann lass dich mit einer Blume auszeichnen. Wie das denn? Ja, haha, jawoll. Geil, oder? Ich bin richtig cool. Ja, ach so, wir sollen uns ducken. Und jetzt sollen wir flattern. Ja, nice, Alter. Die geben uns vor, was wir machen sollen. Und jetzt bekommen wir eine Blume. Yeah. Dankeschön. Okay. Klau ein Glas und wirf es in den Kanal. Okay. Dann, dann machen wir das einfach mal. Ey, hallo. Oh, das ist meins. Das ist meins. Hey. Danke. Äh, nein. Ach, nee. Jetzt bist du. Ohpala. Jetzt hab ich's zerbrochen. Oh, yeah. Ich hab's rausgeschafft. Der Typ war ja gerade oben. Nice. Äh, in den Kanal hier, oder was? Nee. Doch. Ich geh mal davon aus, dass sie den hier meinen. Nee. Hä? Oh, lol. Ich seh ja gerade, hier können wir den Shortcut aufmachen. Und hier können wir irgendeine Kiste mitschleppen. Ähm, warte mal. Hier, wenn wir auf die Aufgaben kommen. Klau ein Glas und wirf es in den Kanal. Ja. Äh, in welchem Kanal? Hier in den Kanal. Oder in einen Kanal Deckel, wenn's hier irgendwo einen gibt. Ach, das ist mein Tisch. Okay. So, jetzt fehlt nur noch das letzte hier am Tisch hinten. Und zwar die Kerze. Und genau die bringen wir jetzt. Und damit haben wir den Tisch fertig gedeckt. Jetzt müssen wir nur noch schauen, dass wir so ein Glas, äh, so ein Glas klauen und in den Kanal schmeißen. Ich hoffe, damit ist es auch wirklich das Wasser da hinten gemeint. Oh, nee, Dude. Dein Ernst. Aber man muss einfach nur geduckt laufen, dann geht das schon. So, komm. Freundchen. Freundchen, ich mach dir beide Schnürsenkel auf. Weißt du? Dann haut's dich hier jetzt gleich hin. Haha. Und dann stelle ich dir einfach das Glas, du Opfer. Yay. Ähm. Dann lass uns mal kurz hier hinten rauslaufen. Und ich hoffe einfach mal. Ich hoffe einfach mal, dass das hier richtig ist. Ja. Damit war der Kanal hier gemeint. Ah, sehr schön. Und jetzt bekommen wir die letzte Aufgabe. Gieße dem kräftigen Mann den Eimer über den Kopf. Äh. What? Okay, Freundchen. Kommen Sie ran. Hallo? Kommen Sie. Ja, ja. Kommen Sie ran. Kommen Sie ran. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Gar kein Thema. So. Kommen Sie. Kommen Sie. Kommen Sie. Kommen Sie. Hier muss der hin. Oh, warte mal. Lol. Oh, shit, Leute. Wir sind hier nicht mehr weiter erwünscht. Ey, geh weg. Ähm. Den Eimer über den Kopf schütten. Wie? Wie machen wir das jetzt? Vor allem, wo bringt die dieses Schild an? Hallo? Ich bin nur immer sehr fröhlich hinter euch. Hehe. Aber juckt mich nicht, wo du das Schild anbringst, ehrlich gesagt. Ähm. Lass uns hier mal kurz den Eimer taken. Ah, die trägt den wieder hoch für uns. Sehr schön. Äh, warte mal. Das heißt, das Schlaueste, was wir machen können, ist eigentlich, äh, den Mann das ganze Ding zurücktragen zu lassen. Ja, das ist die Frau, die es nicht mitbekommt, dass da der Eimer ist, den wir runtergeschmissen haben, sondern wir lassen es den Mann hochtragen. Dann liegt er da schon unten und das wäre natürlich optimal. So, der Typ soll mich jetzt erwischen. Hi. Genau, perfekt. So will ich das. Ja, ja, ja. Okay, okay. Alles klar. Ich bin schon weg. Dann hol du dir mal das Ding. Ja, perfekt. Und dann trag es mal nach hinten. Das wäre sehr, sehr nett von dir. Ich tapp es einfach hinter dir nach, ja. Wenn dir das nichts ausmacht, mein Freund. Hm. Ganz vorsichtig. Okay. Okay, okay. Oh no. Ich bin nicht hier. Nein, Alter, komm, das ist nicht dein Ernst, du Blöde. Oh Mann, Alter. So, ich bin nicht hier. Ach, als ob, Junge. Aber er hat den Eimer noch nicht hochgestellt, weil er sucht noch danach. Guckt, Leute, er sucht noch nach dem Eimer. Das heißt, er hat es noch nicht getan. Alles klar. Ähm. Dann warten wir mal schnell und hoffen einfach darauf. Ne, ne, ne. Nicht sie. Nicht sie. Oh, nee, Alter. Oh, nee, Junge. Was soll'n der Kack? Piu. Warum haut's das dem Typen nicht über den Schädel? Das war schon fast richtig. Ich muss nur noch ein paar Tomaten hinwohl hier rauslegen. Okay. Jetzt wird er sich wohl gleich um die Tomaten kümmern. Und wenn er die jetzt reinpackt in die Ding, dann hauen wir ihm das Ding auf den Schädel. Ha, ha, ha. Jawoll. Genau so muss es gemacht werden. Oh, da musste ich aber auch erst mal nachschauen. Allerdings hat er sich voll in die Tomaten reingesetzt. Okay. Wunderbar. Äh. Das heißt, ich denke, wir haben ihn etwas verärgert. Äh. Irgendwas wird er jetzt machen, damit wir in die nächste Area vorankommen können. Okay. Ah, hi. Ja. Ja, okay, lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Lass mich. Was genau hat er jetzt gemacht? I don't know. Nein, ich bin nicht hier. Ich bin gar nicht hier. Ich meine, der einzige Weg, der uns sonst hier überbleibt, wäre hier. Aber wir kamen doch hier damals auch schon. Kamen wir hier damals schon durch? Ich glaube schon. Ja, natürlich waren wir hier damals schon. Hä? Das ist etwas sehr, sehr komisches hier. Können wir auch unter dieser Brücke durchschwimmen? Ja. Und hier... Oh, hier ist ein Glas? Lö. Das Glas war hier damals noch nicht. Hier über die Brücke. Sind wir hier schon mal über die Brücke gegangen? Ich weiß es nicht. Äh... Die Tür hier sieht sehr zu aus. Jo. Oh! Er will Dart schießen. Vielleicht können wir da irgendwas machen. Ich bin nicht da. Schießen einfach. Okay. Let's go! Oh, schade. Ja, ha, ha, ha! Zerbricht die Dartscheibe. Haben wir damit auch geschafft. Aber, hey, jetzt haben wir jede Aufgabe und es ist noch immer nichts passiert, oder? Oh mein Gott, nein. Ich bin so bescheuert. Diese Mülltonne war ja davor zu. Und jetzt können wir hier weiterlaufen dadurch. Oh, nee. Als ob ich so blöd bin. Okay, Leute. Wir sind schon im... Ja, bei der nächsten To-Do-List angelangt. Irgendwie sieht die sehr kurz aus. Aber ich würde sagen, darum kümmern wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Und... Ciao. Oh, damn!